Ist es Kufr oder welches Urteil hat das, wenn man zu Weihnachten jemandem gratuliert? Das kommt darauf an, mit welcher Absicht. Wenn man ihn gratuliert, weil man sagt, ja, seine Religion ist rechtmäßig und seine Religion ist akzeptabel bei Allah, dann ist das Kufr. Weil letztendlich, was ist der Sinn, warum Sie Weihnachten feiern? Wer sagt mir, was ist der Sinn? Sie sagen? Sie wollen ihre Religion repräsentieren. Okay, klar, aber was ist der Sinn? Dass Isa da geboren oder gekreuzigt ist? Sie sagen, Wuli da Isa ibnullah. Jesus, der Sohn Gottes, ist geboren worden. Auzubillah. Sagt man doch nicht alle Christen, das hat nichts damit zu tun, ob alle Christen, sie feiern diesen Feiertag, der diese Bedeutung hat. Genau wie Silvester. Silvester, achilkarim, warum feiern die Silvester? Auch diese Tannenbaum-Geschichte, ja, in Weihnachten. Das ist auch Schirk bei ihnen. Weißt du, warum? Sie sagen, das ist der einzige Baum, der in der Winterzeit grün bleibt. Und deswegen hat er was Heiliges. Ich meine, viele Leute wissen das nicht. Aber unabhängig davon, ob man das weiß oder nicht weiß, das ist nicht unser Feiertag. Deswegen sollte man sich nicht schämen zu sagen, schönen Tag noch. Wenn er dir sagt, schöne Weihnachten, sag ihm schönen Tag noch. Okay? Kein Problem. Hey, ich meine, kommt er zu Ramadan und fastet mit dir, aber wir wollen überall dabei sein. Das ist komisch. Wallahil adeem, das ist komisch. Kommt er zum Schlachtfest und sagt zu dir, wir gehen schlachten und dann verteilen wir ein Drittel da, ein Drittel ein. Kommt nicht. Aber wir wollen überall dabei sein. Deswegen, Yachil Karim, ist die Sache so, wenn man das mit dieser Absicht macht, die ich gesagt habe, das ist Koffer. Aber wenn man das macht, weil man sich schämt oder sonstiges, das ist große Sünde. Und deswegen soll man das unterlassen, wenn er das feiern will, seine Sache. Aber wir haben mit diesem Feiertag nichts zu tun. Wallah ta'ala, ala, wa a'lam.